10, 9, 8 Let's go Sieben, meine Glückszahl Verraten Hey, meine auch Der Fake Call, das würde doch Der soll niemals verraten Sascha ist übrigens 13 Goldie ist Killer mit Artie Das wird gut Das wird gut, Leute Guten Morgen, Leute Muss ich hier schon erstmal zurechtfinden, Leute Das ist halt schon so eine Sache, muss man sagen Kann man da wieder sabotieren Oh, was ist hier los Wir müssen hier ein bisschen auf den Cooldown warten Hier waren zwei Leichen Wahrscheinlich ein Double Kill Und zwar, wartet Im Studierzimmer unten Kein Double Kill Ja Das war einmal eine weiße Kali und Janni sind tot Die liegen beide nebeneinander Ich weiß nicht, ob das so ein Sheriff Ding ist Dass die sich untereinander vielleicht gekillt haben Oder ob das ein Double Kill war Das kann ich nicht sagen Liebende vielleicht Haben wir Liebende drin? Oder so Aber Ja, okay Wenn die ineinander standen Aber meinst Aber dann müssen ja trotzdem irgendwie zwei Imposter in der Nähe gewesen sein Wir haben keine Weil Du kannst ja vorher nicht wissen Was die Liebende sind Das ist dann Und wir haben das gecallt Und das macht ja keiner Oh, das stimmt Ja, richtig Ja, das ist ein wichtiger Call Also das Manchmal wird das schon gecallt Ich hab halt diese Runde gar nichts mitgekriegt Ja, aber das ist eigentlich doof Denk ich mir Also ich kam gerade vom Füttern Ich war auch Also ich wurde gerade des Mordes beschuldigt Ohne was umgelegt zu haben Aber okay Oh, oh, oh Stopp, stopp Sesschen Wie? Wer hat dich Batscher hat geschrien Ja, Batscher ist mir Batscher ist mir actually Über den Weg Ja, genau Du gehst zu Leuten zu Goldie Und sagst Ja, Sesschen Wollt mich gerade umbringen Ja, aus Spaß Ich hatte Dödel ein bisschen rum Ja, genau Pack mal deinen Dödel wieder ein Hier wird nichts rumgedödel Ich glaube, ein Sternchen war neben mir Warte mal, Sesschen ist ein bisschen laut Ich bin nicht beim Studierzimmer Nein, aber du warst Ich glaube, ich fahrt irgendwo unten Achso Ja, genau Ich hab versucht, mich rauszuhalten Ja, nun bin ich Ach, komm schon, Leute Wer hat mich denn jetzt gebaut Und wer seid ihr doof? Okay, wann wird das angezeigt? Wir haben als Einzige gevotet für Sesschen Ihr seid einfach frech, ne? Ich kann das auch Ach, Sesschen Ich fühl dich Ja, ja, ich weiß schon Ich verstehe es Das ist so gemein Ich weiß, ich weiß Die sind so frech zu mir Ich weiß, ich weiß Oh, wer war das denn jetzt gerade eben? Oh, das sind ja Cthulhu-Mäusen Wie witzig Stark Hallo Hallo Okay Ich check's nicht so ganz, Leute Was man nicht hier machen kann Habe ich noch nicht so richtig verstanden Und Party, Leute Let's go Wollen wir eigentlich hier bleiben, Leute? Wartet mal ganz kurz Wollen wir hier bleiben? Ganz kurz, falls jemand kommt Weißt du, wie ich mein? Und dann auch? Oh mein Gott Nee, nee, nee Dann machen wir Schnetzelrei Hallo Hallo Goldi, guck mal Goldi, guck mal Erklär mal, was du hier erklärt hast Hier Ah Hallo Hallo Ähm Unten habe ich den Buddy gefunden Tunneleingang Ich habe eben noch Spezia und Kaffee-Tassen-TV gesehen Die sind oben gewesen Ich bin dann runter Äh, Tunneleingang Also, ich habe die vor 10 Sekunden oder so gesehen Dann bin ich runtergegangen Und da lag halt hier Beim Tunneleingang war ich nicht Nein, du warst oben Mit Spezia Die, by the way, auch tot ist Wie ich gerade sehe Also, ich habe Wen habe ich denn da oben noch gesehen? Wir sind alle tot Wir sind alle tot Ich darf nicht reden Also, da oben war eine ganze Gruppe gewesen In dem Labor Ja, und ich habe dann auf jeden Fall gesagt Ich muss gucken, wo ich hin muss Dann bin ich rüber zu Was ist denn das hier? In der Nebel in der Höhle Zelle ist Walke Also, ich war angeln Dann habe Anja mir vorbeilaufen sehen Im Nebel noch Und dann ist sie weggelaufen von mir Zelle, hast du vorhin nicht auch schon reported? Äh, ja Ich habe die beiden Bodies gefunden Aber ich werde keine zwei Bodies getötet haben Ja, das fände ich auch komisch Das stimmt Also, ich kann nur das sagen Was ich gesehen habe Ich bin halt unglaublich Ich habe auch Rutscher gesehen Und so weiter War auch mit ihm alleine Ich hätte ihn töten können So, vom Ding her Ich habe es nicht getan Ich habe es nicht getan Was hat dich abgehalten? Ich krieg nicht Ähm, meine Rolle Ich komme nicht klar Leute, was habt ihr gegen mich? Aber Sascha Ja, ich musste Sascha Oh Mann, Jesse, wie geht es dir? Leute, das ist doch nicht wahr Das ist doch nicht passiert Das ist doch nicht passiert, Leute Das ist doch nicht passiert, Mann Okay, Leute Gut, gut, gut Hier, Ort des Geschehens Oh shit, was ist hier los? Nein, das ist meine erste Wahl Was? Was? Warum Zässchen? Oh, ja Ja, wann bist du denn hier? Könnt ihr mit aufhören Ich bin gerade eben hier Warum redest du über Mau Und warum, dass ich deine erste Wahl bin? Warum, warum hast du überhaupt eine andere Wahl? Entschuldigung Er liebt mich nicht mehr Hä, was ist hier? Das hat er doch gar nicht gewahlt Ich bin schockiert Das wollte ich nicht Das tut mir so leid Ich habe gesagt Ich finde das frech Dass er mit dir flirtet Und dann hat er gesagt Ja, ich finde es auch ein bisschen frech Und dann muss man halt gucken Ich glaube, wir haben irgendeine Liebesgeschichte gerade zerstört Ich glaube auch Aber wir können auch wieder zurückgehen Nee, müssen wir eigentlich nicht Warte mal hier Hey, lass mal lieber weiter weg Aber wir müssten mal jemand anders finden Das stimmt Aber ich weiß nicht, wohin Warte mal, hier runter, hoch Wo geht es denn hin? La, la, la Ach du Kacke Scheiße, ich habe mich verloren Hilfe Hilfe Leute, Hilfe Oh, da Hallo Hallo Oh Was wir machen können Ist das hier, Leute Warum ist hier niemand? Was ist denn dieses Ding hier eigentlich? Die Türen schließen Wir haben noch einen Falken Oh, oh, oh Goldi, 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 Goldi Scheiße, Leute Wir haben noch einen Falken Ich kann nicht reporten Scheiße Dizzle 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 ist richtig schlimm Scheiße Scheiße, ich habe gespammt Ich habe gespammt Ich habe gespammt Ich habe gespammt Oh, ha Oh, mein Gott Ja Erlaubt uns meine Rolle nicht Das hattest du verdient Oh, mein Gott, das war crazy Boah, das war krass Dieser Double Kill, ne Der hat mich richtig fertig gemacht Wir waren eigentlich so gut Das ist total gemein Das ist echt gemein Das ist aber mein Fehler, Goldi Ich wusste nämlich, dass wir ein Falken haben Aber Dizzle Dizzle Ich konnte nicht reporten Ich hatte es vielleicht Wie abgebrüht bist du? Ich konnte niemanden reporten Du stehst vor mir und sagst Ja, Gersmin, ich kann nicht verstehen Ja Ich habe auch so eine Nachricht bekommen Das stimmt doch nicht, dass ich doch auch verstehe Ich weiß jetzt nicht Aber das Gute war der Double Kill oben Wir waren eigentlich so gut Das ist total gemein Das ist echt, echt Wahnsinn